Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tanks to Wrath of Heaven. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, sind wir durch das Friedhof-Level gegangen und haben eine Armee von Zombies besiegt. Und jo, diesmal sollen wir Ayamis Betrüger finden, beziehungsweise jemand imitiert Ayamik. Und jo, ich glaube das wäre alles Wichtige zu diesem Level zuerst. Dann wählen wir erstmal unsere Items aus, hier, Standard-Dinger. Und eins kann ich noch, ja, paar Bomben bekommen, drei Bomben und das reicht, würde ich sagen. Jo, ja, ja genau, Imposter, keine Ahnung was das heißt, aber ich glaube das heißt irgendwie Kopierer oder so. Werwölfe, ah fuck, ich habe keine Dings mitgenommen, keine Shurikens, hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Er sollte hier sein, ah, da ist er. Aha, okay, ah krass, okay. Ah, das erinnert mich aber an, ja, das ist Ayamis erstes Level. Äh, ich habe nämlich beim Antesten von dem Spiel schon mal ein bisschen reingeschaut hier. Und, äh, boah, sind hier viele Gegner. Das ist Ayamis erstes Level, glaube ich. Ja, oh, davon muss ich auf jeden Fall einen mit dem Blasrohr killen. So, welchen denn? Den da unten, komm. So, und weg. Tschüss. So, egal. Ich werde es mir jetzt auch mal, äh, zu Herzen nehmen, mal ein paar mehr Items zu benutzen. Damit ich hier ein bisschen mehr, äh, Kills bekomme. Ah, shit. Egal, der sieht mich nicht. Okay. Lass mich raten, wenn ich jetzt gerade hinlaufe... Boah! Okay. Wenn er sich umdreht, geh hoch und kill ihn. Und kill ihn! Yes! Geschafft, geil. Das war jetzt zwar keine Killcam oder so, aber... Egal. Wir haben ihn getötet. Und, jo. Ah, wir sind hier in diesem... Ah, shit! Wir sind hier in diesem Bambuswald, hä? Im Schnee, mit den Schneegeräuschen, das ist auch geil. Hehe. Oh Gott, ich habe hier aber irgendwie gerade so ein paar Slowdowns. Ja, bei manchen Stellen in diesem Level gibt es Slowdowns. Keine Ahnung, warum. Ah, ja. Ah, was? Wo? Oh, nicht gesehen den Typen, ey. Nicht gesehen den Typen, fuck. Ah, mies, ey. Gemeinheit. Gemeinheit. Und direkt kommen zwei Gegner. Fuck. Ah, wie ärgerlich. Nein, ihr kriegt mich nicht. Ja, toll, jetzt bin ich hier am Anfang und... Ah, scheiße. Scheiße, kriegen die mich doch, ey. Ah, ich hasse diese Ninjas, ey. Die sind so gut. Ah. Mensch, 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 Freunde. Was tut ihr mir denn hier an? Was tut ihr mir denn hier an? Lasst mich doch mal an diesem Samstag in Ruhe. Heh. Aber jetzt, dann kämpfe ich halt gegen die jetzt. Ah, shit. Ne, das bringt nichts. Und nicht an dieser Stelle, weil es leckt. Ah. Das ist doch mal wieder richtig fies. Richtig blöd gelaufen hier, ey. Ah. Where are you? Lass die mal da unten kommen. Lass die mal da unten versauern. Oh. Beruhigt euch. Oh, sehr schön. Sehr schön. Wenn ich Glück habe, kann ich die beide nacheinander killen. Einfach abwarten. Ne, einkille ich mit dem Glasrohr. Nein. Oh Gott. Oh. Gott sei Dank. Ah, fuck. Ah, ist noch einer. Ah, geh runter. Komm, hau ab. Du siehst mich nicht hier, ne? Ne. Du siehst mich nicht. Ich hab das Blasrohr. Ah. Ah. Scheiße, Mann. Ich hab das Blasrohr verkackt eben. Oh, Mann. Bitte nicht so oft entdecken, weil ich will wirklich mal wieder eine gute Statistik kriegen hier. Loser. Dann nennt er mich eiskalt Loser. Ja, das ist... Oh. Oh, ich bin gerade angespannt. Ich glaube, ihr merkt das. Oh, Gott sei Dank, ey. Der wollte gerade irgendwo hinspringen. Oh, Mann, ey. Was ist das? Hallo? Was ist das? Was ist das für eine Gestalt? Lol. Was ist das denn? Irgendwie Slenderman, oder was? Ist ein bisschen aus wie so Slenderman. Naja. Es macht auf jeden Fall merkwürdige Geräusche. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ist das... Ist das... Ja. Ein Geist oder so, hm? Der dreht sich da jetzt. Schmeißt das. Ah, du sollst das da hinten hinschmeißen. Jetzt kommt er hier hin. Okay. Er hat kein Interesse dran, okay. Nein, nimm das nicht auf, sondern kill den. Ah, Gott sei Dank, ey. Ah, das sind Geister, ich verstehe. Das sind irgendwelche Geister, ja gut. So. Hier ist nichts mehr, hä? Ne, hier hab ich alle gekillt, so. Ich hör hier doch wieder was. Irgendwie da oben. Kann ich da oben hoch? Ja, kann ich. Das ist geil. Okay, und? Wo ist denn der? Ich hör hier doch jemanden. Naja, schauen wir mal weiter. Das hört sich an wie so ein Staubsauger oder so. Keine Ahnung. Ja, aber wir hören sich Staubsauger auch so an, ja. Aber ich glaube, da hinten irgendwo, hä? Da! Da ist er doch! Ja, er hat sich umgedreht. Und zack, weg mit dir. Komische Gestalt. Dafür krieg ich aber auch kein Zeichen oder so. Das heißt, äh, das ist... Was ist das denn da? Kaffee trinken? Unten rechts da, dieses Symbol. Das sieht so aus wie Kaffee. Naja, egal. So, da geht's hier hoch. Ja, da geht's hoch. Okay. Hier runter. Ah, da ist ein Heiltrank. Sehr schön. Gib mir den Heiltrank. Ich will den Heiltrank haben. So, danke schön. Ah, ich hör hier wieder was. Ah, ich verstehe. Okay. Hier rechts. Ah, nee. Ich muss durchs Wasser. Okay. Was ist denn hier noch? Moment mal. Wo bin ich hier? Ah, ich bin hier bei dieser Kaffee-Symbol. Aber wo kann ich hier noch hin? Ah, das soll eine heiße Quelle sein. Ich verstehe. Ich verstehe. Kann man hier noch irgendwo hin? Ich glaub nicht. Ja gut, dann war hier nur der Heiltrank. Aber ernsthaft? So ein ganzer Bereich nur für den Heiltrank. Okay. Ah, Moment mal. Ah, nee, nee, nee. Stopp. Hier. Kann man reinkriechen hier. Sehr geil. Sehr geil auf jeden Fall. Ja. Wir kommen in den nächsten Bereich. So. Dann krabbeln wir mal hier durch. Ich bewege mich nämlich auf einen zu. So. Dann. Okay. Äh, ja. Hey. Beweg dich. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwo was auf 60, ey. Da. Okay. Äh. Das kann ich wahrscheinlich nicht mit dem Blasrohr oder so killen. Nein. Oh. Uff. Oh Gott. Ich nehm da wieder den. Ah, nee, kann ich nicht. Oh Gott. Geh hier weg. Ich kann nicht hier weg. Schmeiß den Giftreis. Kommt der jetzt hier hin? Kommt der jetzt hier hin? Nee, er dreht sich nur komisch. Scheiße. Ah, egal. Der sieht mich da nicht. Ah, wo ist der Giftreis jetzt? Da. Da unten. Okay. 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 Heißt. Geh hin. Ich scheiß drauf, ob er mich jetzt sieht. Ah. Keine Lust, den jetzt so lange zu... Oh. Da ist noch ein Wehrwolf. Da ist noch ein Wolf. Okay. Und zack. Zack. Weg mit dir, du blödes Vieh, ey. Dumme Töle. Ich nehme den Giftreis wieder und... Ja. Hier links ist irgendwo noch einer. Wahrscheinlich hier oben. So. Gehen wir da hoch. Und? Hä? Ah, da. Ja. Da. Und... Nein, warum? Oh, Gott sei Dank, ey. Da ist ja noch so ein Geländer. Äh. Wer ist hier in Alarmbereitschaft? Da links, okay. Ah, die Stelle. Die Stelle ruckelt immer bei Ayame. Ja. Oh, Gott. Das ist ein Ninja. Okay. Geil. Den haben wir. Sehr schön. Da ist noch einer. Okay. Geil. Oh, jetzt. Und zack. Geil. Die Kill von oben. Nice, ey. Oh mein Gott. Wo soll denn das sein? Ich glaube hier... Äh. Zum Glück hört man die. Aber die Frage ist jetzt... Die sind irgendwo links da. Da unten. Da sind zwei. Okay. Es sind zwei. Oh Gott. Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt, ey? Zwei... Zwei Geister. Okay. Oder zwei Gestalten. Was auch immer. Hä? Oh Mann, 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 oh Mann. Jetzt dreht er sich rum. Ah nein! Ich wollte den... Ich wollte nur so killen. Damit... Ah, ist das mies, ey. Scheiße. Ja, die können springen, oder was? Ah, ist das blöd. Ich wollte ihn doch einfach nur mit dem Schwert nach... Alter, dann... Geh doch sterben jetzt hier, ey. Nee, warte mal. Na, dann... Hauptsache, der hat ein Schwert. Ernsthaft. Ein Geist, der ein Schwert hat, okay. Was ist das für eine bescheuerte Logik hier? Nee, Moment mal. Wo war der denn? Der andere war ja hier irgendwo. Da unten ist der. Ah, okay. Einfach beobachten. Ich stehe gerade falsch rum, aber ich trau mich nicht. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ja! Sehr schön. Ah, ich hab die Zeichen voll. Geil! Was haben wir jetzt? Wall kick. Okay. Jump towards the wall and kick off... ...ääh, was? Jump towards the wall and press the fear button. When hitting the wall. Okay. Probier ich mal aus. Probier ich direkt mal an dieser Mauer aus. Nee. Moment. Hä? Was probier ich direkt mal an dieser Mauer aus hier? Ah, okay. Das ist geil. Ah, okay. Ich verstehe. Geiler Move. Weiß ich Bescheid für den Endgegner. Aber was haben wir hier jetzt? Einen Stein. Okay. Gut, dann muss ich erstmal über... Hä? Warum bin ich denn jetzt wieder am Anfang? Muss ich das verstehen? Nee, oder? Naja, keine Ahnung. Wann bin ich denn wieder am Anfang hier? Äh, hä? Okay. Ah, das war hier drunter. Moment mal. Das war hier. Genau, ich erinnere mich nämlich. Das ist nämlich echt exakt. Ayame ist erstes Level. Und da sind direkt zwei Gegner. Oh mein Gott. Ja, Rikimau ist 8. Level. Ja, das Wasser. Ich weiß. Ach, übrigens. Danke schön an... ...Äh... ...Shokwave88 ...für dieses, äh... ...aufmerksame Zuschauen. Er hat mir doch den ein oder anderen Tipp gegeben. Wie mit dem Wasser und so hier. Das ist doch mal... ...sehr nett von ihm gewesen, finde ich. Sei gegrüßt. Vielen Dank. Und ja. Schön, dass du dabei bist. Einen davon kill ich mit einem Glasrohr. Den hier vorne kill ich mit einem Glasrohr. So. Das ist mir jetzt egal. So. Weil der andere, der entdeckt den nämlich dann und dann... ...und dann ist wieder scheiße, ne? Ja, egal. Ich warte jetzt, bis der andere kommt. Der hat den nämlich entdeckt, seht ihr. Da ist der nämlich. Ja, stimmt. Wenn der sich beruhigt, ist der dran, ey. Ah, wir sind hier wieder in dieser Höhle, in einer Grotte. Nein! Oh, Gott, ey. Ich hab schon wieder... Ich wollte schon wieder hinlaufen. Dann hätte er sich wieder exakt rumgedreht, ey. Ah! Nichts da, mein Freund. Gehst du weiter? Ja. Komm, 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 komm. Yes! Geil! Okay. Geschafft. Oh, nice, ey. Da ist bestimmt noch einer, ne? Ich hör doch schon wieder was. Ah! Was? Ich hör hier auf jeden Fall irgendjemanden im Schnee. Moment mal. Wir sind der oder die oder das. Ne, hier ist nichts mehr. Ne, hier hab ich alle. Ja, komm ich her. Ah, oben drüber. Nein, nicht den Giftreis. Ich wollte doch hier das. Aber ne, hier oben drüber ist nix. Aber man kann doch hier... Ah! Moment mal. Moment mal. Man kann doch hier jetzt an die Decke sich hangeln. Wie ging das denn nochmal? Moment. Man kann sich doch an die Decke hangeln hier. Ah, ne, geht irgendwie nicht. Ah, ne, geht irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Moment. Ich probier's noch einmal. Ja, jetzt und geh da hin. Ah, vielleicht, weil's keine gerade Decke ist. Ja, ja, das kann sein. Weil's ne Hö... ...weil's ne Grottendecke ist. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Ah! Oh mein Gott. Oh, scheiße. Kommt. Ist... Begrüßt... Begrüßt mich hier direkt einer, ey. Frage ist, wo? Ah, da ist ein Item, okay. Da hinten. Ah, ich verstehe, okay. Ah, geh weg. Geh weg! Da hinten. Okay, alles klar. Ich verstehe. Hier rennt aber noch irgendwas rum. Nein, geh doch weg da hinten, ey. Jetzt könnte ich noch mal ein Blasrohr brauchen, aber... So. Ich glaub, ich schmeiß den Giftreis. So, dann geht der nämlich jetzt dahin, hoffentlich. Oder interessiert denn das nicht? Das interessiert den nicht. Oh, Mann, ey. Der Giftreis war in Tankshoe 2, aber auch einfacher zu bedienen. Finde ich. Na, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Ohne, dass der mich hier sieht. Komm schon, dreh dich rum. Egal, ich renne jetzt einfach hin. Ah, yes! Oh, Gott sei Dank. Das war wieder sauknapp, ey. Und irgendwas sieht mich hier schon wieder. Irgendjemand sieht mich hier. Ah, was? Ach, da hinten. Ah, da ist ein Wolf. Okay. Ah, da ist ein Wolf. Habt ihr ihn gesehen? Also ich hab... Ah, Shurikens! Genau das passende Item jetzt dafür. Soll ich erst den Giftreis nehmen? Weil dann sieht mich bestimmt der Wolf? Nee, okay. Ja, kann ich ja jetzt hier erst mal auf den Wolf warten? Da ist er. Und Shuriken! Yes! Oh, das war gut, ey. Sehr geil. Okay. So. Ah, Moment mal. Da ist ein roter Punkt hier. Ah, hier. Was ist hier? Oder... Ah, nee. Hier komm ich einfach nur rein, ne? Ja, ja. Hier komm ich einfach nur rein. Okay. Moment mal. Was sollen mir denn diese Bilder hier sagen auf der Map? Gibt's hier ein Item oder so? Nee, keine Ahnung. Egal. Also hier so und dann Viereck. Moment. So und dann Viereck. Genau. Zack. Geiler Kombo. Das ist wenigstens ein Move, den man sich leicht merken kann. Und ja, dann gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier noch? So. Ah, hier kommt was. Ich hör's wieder. Ich hör hier wieder so'n Staubsauger oder so. Da! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Ah! Ärgerlich. Mist. Mist. Ah! Ey, 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 ey. Was, was, was? Was machst du denn? Egal, dann kämpfe ich halt jetzt mit dem. Komm. Ah! Zack, 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 weg mit dir, ey. Blödes Vieh. Oder was auch immer du bist, keine Ahnung. So. Ah, ich wollte ein paar Mal entdecken, das ist das Problem. Das reicht, glaube ich, nicht mehr für Großmeister. Ah, guck mal, wie wir hier die Schritte im Schnee machen. Das sieht ja geil aus hier. Das sieht geil aus, muss ich sagen. So, dann sind wir jetzt hier. Ah, wir sind gleich da. Okay, ich verstehe. So, was haben wir denn hier noch? Aber das war geil eben. Wolf und direkt zwei Schurikens bekommen dafür. Links. Links irgendwas. Links irgendwas. Uiuiuiuiuiuiui. Moment mal. Da vorne ist auch noch was. Ah, ich hab noch einmal Gift, dreimal Giftreis. Hier ist bestimmt aber noch ein Ninja irgendwo. Ich kenn doch das Spiel mittlerweile. Und schmeiß den. Ah, sehr schön. Sollte er jetzt da hingehen gleich. Oder er hat kein Interesse, das kann auch so. Ah, mein Gott. Der kommt hier nicht hoch. Schade, okay. Dann. Dann. Er geht zum Giftreis, glaube ich. Oder? Ne. Doch. Geil. Okay. Was macht er? Er hat kein Interesse dran. Okay. Nein. Verdammt. 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 Alter. Ne. Ich renne jetzt weg. Ich renne jetzt weg hier. Das werde ich nicht machen. Ne. Mach ich nicht hier. Ah, er kommt. Ja. Halt dich doch da fest. Boah, wie schnell ist der? Die Gegner hier sind auch schneller als ich, ey. Ja, das hat keinen Zweck. Okay, dann kämpf halt. Mann, ey. Wie oft wurde ich jetzt entdeckt wegen dem? Ah, ärgerlich, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch reicht für Großmeister. Keine Ahnung. Aber Großmeister lohnt sich hier. Hä? Ich gehe genau auf einen zu. Ah, hier links, ey. Moment mal. Da steht ein Schneemann, okay. Frosty the Snowman. Na ja, gut. Ah, was? Ich höre hier jemanden tippeln. Aber wo ist der? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ah, rechts, okay. Ah, es ist ein Wolf. Alles klar. Schaffe ich es noch rechtzeitig? Ja, ich glaube schon. Yes. Geil, okay. Sehr schön. Ist noch einer. Da ist noch ein Wolf. Hä? Ich habe den doch eben gekillt. Was soll das? Ach, du dummes Vieh, ey. Mann. Ich habe den doch eben gekillt. Sag mal. Da steht er wieder auf. Da steht er wieder auf. Das blöde Drecksding, ey. Ich glaube es ja nicht. Kann man das hier kaputt machen, diesen Schneemann? Ne, okay. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt zuerst hin? Ich glaube, hier können wir mal zuerst hin. Oder? Ja. Ne, wir gehen wieder zurück, oder was? Ne. Ne, das ist was anderes hier. Okay. Ah. Rechts dran vorbei. So. Ah, ich glaube, das ist auch der direkte... Ah. Nee, keine Ahnung. Ah. Ah, da unten. Oh, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht deren Ernst, ey. Da ist so ein scheiß Abgrund. Oh, fuck, Mann. Das Level war so gut gespielt bis jetzt, ey. Oh. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst, ey. Ja, egal. Tja, Freunde, dann schneide ich euch mal raus. Und dann werde ich das Level nochmal spielen bis hierhin. Ah.